. Püroffel Rain, Püroffel Rain. Morgen! Ich zeig dir bitte. Wir drehen dort, aber da ist ein Tor. Komm nicht rein. Eisgekühlter Bommalunder, Bommalunder, Eisgekühlt, Eisgekühlter Bommalunder, Bommalunder, Eisgekühlt. Wann hört das Lied endlich auf? Falkenberg, Singel, Hausmeister. Wir sind jetzt im Haus angekommen, in Meißen, in der Villa, wo wir heute drehen werden. Und jetzt warten wir hier, bis die alles aufgebaut haben. Und dann geht's auf und geht's bald los. Ey, das hier ist Schiller, ne? Goethe. Goethe, ah, Schildkrug. Oh Gott, hat verrutscht. Schneid's, schneid's bitte raus. Ey, ich hab erst den Zutrank mit Goethe und Schiller gehalten. Ach, deswegen bist du so bescheid. Zum Glück bist du so klug. Frau L.U.K. Der Sack steht hier vorne. Wasser? Das ist Wahnsinn, ne? Uns fehlt die Soße. Es fehlt Soße. Meine Güte. Wie kannst du dich annehmen? Diese Scheiße hier. Das kleine Schnitzel, wenn ich nie weiß das nicht. Du gehst erstmal die Schnitzel auf und dann gehen wir weiter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bitte bleibt Angst. Aber weh. Guck mal, ich trink gleich Leute. Kaffee-Tippen zum Mittag. Kaffee, ja wirklich. Was ist denn das? Kaffee-Tippen zum Mittag. Crew! Georg, du sollst dich jetzt noch hinsetzen. Was ist denn hier deine Aufgabe? Einfach nur das, jetzt in den Fütschern reinkommen und irgendwas dran rumdrehen. Ich wollte ja mal was essen wollen, aber... Dann mach doch selber deine Soße, die Mutti. Wie kannst du überhaupt froh sein, dass du was auf deinem Herder liegen hast? 40 Stunden ist 60 Stunden. Dann beschwer ich mich, dass ich zu viel arbeite. Nee, ich hab einfach nur viel zu tun. Ich lebe mich lassen. Nee, das ist gerade eben viel zu tun. Hör mal die Erbse, bitte. Kann doch ruhig nicht wahr sein. Ich hab jetzt gerade keine Erbse. Die Erbse ist eben halt schwierig zu essen. Die muss man erstmal einspießen überhaupt. Nein, nur die eine Erbse. Deine Probleme? Ha! Meine Probleme! Meine Probleme! Kind! Ja, ich zeig dir mal meine Probleme. Ich zeig dir mal meine Probleme. Das ist meine. Ist doch noch mal gut, Jan! Ist doch noch mal gut, Jan! Aber nicht, das ist gut, Jan. Ich hab gesagt, zugleich ist gut. Oh! Ja? Das kürzt einfach... Ne, das kürzt einfach... Oh, mein Mann! ...und dann ist das nicht gut. Die ganze Zeit ist gut! Das ist gut! Dann müssen wir die Schüssel noch halten! Wo ist jetzt gut? Einmal. Einmal. Ich muss nicht lang werden. Viel zu viel schicken. Die machen jetzt... Ja, ich mache jetzt... Ja, ich mache jetzt... Ich mache jetzt... Ich mache jetzt... Was ist so mit Augenaufnahme? Das habe ich schon beim letzten... ...zuhl gemacht. Ja. Ist das überhaupt geschafft? Ja. Ich bin der Schornsteinfeger. Machst du das Making-of? Von Making? Ne, ich mach das Making-of von Making-of. Und sie macht das Making-of von Making. Aha. Schafft man das, schau die wieder raus? Sascha! Perfekt. Das klappt für euch, nur Kommunikation. Scheiße. Das war's. Pizza! 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 Uh! Yeah! So, was? Was? Wo ist mir zunisch? Pizza! Georg, Nils, wir brauchen die 650. Selina! Lass sie gehen. Ich tanze mit den besten Regisseuren. Du bist jetzt im Internet. Ich bin jetzt in GoPro. Alter, ich bin in GoPro. Du bist so geil, dankeschön. Ich bin lonfte Regisseure. Oh, gut? Also freue ich Sie mir, es haben, was ich gut zu tun. Ich würde nur kurz 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 Serkes aus練ernifend gelegt. Vielen Dank.